Seid er immer nicht mehr beim Finale, dann ist er komplett unter Feuer. Und wir haben jetzt noch vier Fahrer, die vier Besten aus der Qualifikation hier verdient. Rami Bidegas zum Problem. Den NDR von Rami Bidegas. Und ein Signature im Dickening. Das Dicken machen normalerweise. Städte die Jungs aus Dänken. 1,20 hat er noch. Chance ist so ein schönes Reaktion von Rami. Aber ankommen. Seine Besten sind's. Was kommen die? Er Bidegas hier vorne. Bidegas hier. Schöner Tsunami. Aber der Herzen. Lieber auch so im Gepäck. Und jetzt weiß ich es ganz genau hinschauen. Was er macht. Schöner. Ander Tsunami. Ganz so fest. Wie das Ding von NDR kostet. Fünfzig Sekunden. Noch für den neuen Start. Und jetzt. Große Skipp. Passt da ein Fehler. Mann, 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 Mann. Fehler in der Abfahrt. Zur Logistics-Tram. 4,25 Meter Distanz. Und jetzt hat er nur das Fahrrad gefahren. Hohlenwind. Aber da muss noch ein bisschen herkommen. Wenn er den Lino hier vom Hohlen zieht, von der Gewild. 358 Sekunden für H.G. Nein, eben doch. Wo bleiben die dicken Tricks. Hat sich hier zweimal verfahren. Aber jetzt lange erwartet. Schauen wir uns an. Winken. Und. Schöner. Normal Trickball. In 10 Seconds to go. Hoffentlich. Nicht er lässt sich hier noch umgerissen. Das wird eine ganz harte Luft. Oh, es wird schlägt hier. So weit. Und jetzt. Zeit ist vorbei. Klammerhaft. Letzter Sturm für. Klavier will den Gast. Jetzt hier. Hat er noch bis zum Trend vorbei. Das wird knapp. 10 Sekunden schon vorbei. Dann ist er nervös geworden. Ich hole mich. Hier bin ich. Bist du merespace. Die flie ist. Ach gedre silence. Für die Treffer KLOK. Nah, gen ruide werden E państ. Ah. Oh.